Musik Juni, Jana, Malik, Jonte und zusammen sind wir die Kinderreporter. Dieses Mal gucken wir uns das Museum jeweils hinter uns an. Da bin ich aber gespannt. Bestimmt können wir eine ganze Menge entdecken. Dann gehen wir doch einfach mal rein. Los, kommt mit! Musik Musik Wir sind hier mit dem Chef des Museums verabredet. Aber warte mal, hier stehen auch zwei. Ja, es gibt ja auch zwei Museen. André ist immer leid, das Stadtmuseum. Und Jutta Musterhus leidet das Forstjans Museum. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Stadtmuseum. Habt ihr Lust? Ja! Musik Oh, guck mal, das ist ja ein lustiges Bild von Oldenburg. Hier sind ja sogar die Museen zu sehen. Guck mal, dort oben sind wir gerade. Musik Was ist denn das für ein Modell? Das ist Oldenburg um 1850. Also fast 200 Jahre ist das her. So sah Oldenburg damals aus. Könnt ihr dann ein paar Gebäude erkennen, die ihr auch von heute noch kennt? Das ist ja. Dahinten ist das PFL. Genau, dahinten haben wir das PFL. Das ist dann das Schloss. Das Schloss, genau. Das sieht eigentlich auch schon so aus wie heute. Noch irgendwas anderes? Da ist der Pulverturm. Da ist der Pulverturm, genau. Das ist ganz mini. Ja, es gibt eine ganze Menge zu sehen, aber im ganzen Museum könnt ihr eine ganze Menge sehen. Habt ihr Lust, euch das mal anzugucken? Ja! Schaut euch mal ein bisschen um. Dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Okay, tschüss! Musik Hallo! Kinder! Ja, was habt ihr alles entdeckt? Wir haben Oldenburg als Städte gesehen aus 800, ja. So wie die Stadt dann größer geworden ist, immer größer, ne? Genau. Wir haben bemerkt, hier kann man sich sehr leicht verlaufen. Ah, okay. Ja, das ist so, genau. Es sind ja ganz viele Villen, oder es sind ein paar Villen auf jeden Fall. Und zwei von den Villen, die hat der Herr, den ihr hier auf dem Bild seht, ja nicht gebaut, aber der hat hier gelebt, ja, mit seinen ganzen Sachen, die er in seinem Leben gesammelt hat. Und der hieß Theodor Franksen. Der ist aber ganz krank gewesen und deshalb auch ganz früh gestorben. Und kurz vor seinem Tod, das seht ihr hier, das ist genau ein Bild hier an diesem Platz. Ja, da sitzen die Leute mit ihm zusammen auch um diesen Tisch. Und da hat er es kurz vor seinem Tod, hat er das hier schon als Museum eröffnet. Das heißt, man konnte bei ihm nachfragen, wenn man Lust hatte als Oldenburger und konnte dann hier in seinen Privaträumen sich die Sachen so ein bisschen angucken, die er besessen hat. Aber natürlich ganz viele Räume, ganz viele kleine Räume, alles vollgestellt. Da kann man sich leicht verlaufen, aber weil das so ist, haben wir hier auch ein tolles Buch, gerade für Kinder. Und da seht ihr auch eine Karte, da könnt ihr euch eine Karte angucken. Wenn ich die jetzt hier aus diesem Buch rauskriege, so, wenn ich das mal aufschlage, dann habt ihr hier nämlich alles drauf, was ihr sehen könnt. Also die beiden Villen mit den Räumen. Und das ist eigentlich ganz schön. Ach, hier seid ihr, ich suche euch schon überall. Dann geht es jetzt ins Horst Jansen Museum. Ja, wir sind jetzt im Atelier von Horst Jansen. Das heißt, seine Werkstatt, die er in Hamburg benutzt hat, haben wir hier in diesem Museum wieder aufgebaut. Aber wer ist denn dieser Horst Jansen und warum hat er ein eigenes Museum? Ja, Horst Jansen ist ein wichtiger Künstler, ein Zeichner. Man sieht hier die Papiere, die er benutzt hat, die liegen hier überall herum. Und er hat seine Kindheit in Oldenburg verbracht. Darum haben wir hier das Haus, weil wir wollen an Horst Jansen erinnern. Wir wollen an seine Kunstwerke erinnern und darum können die Besucher vom Museum viele Dinge hier betrachten. Und das übrigens ist Horst Jansen. So sah er aus. Und wie viele Bilder hat Horst Jansen in seinem Leben gemalt? Gute Frage. Und das ist so eine schwere Frage, die kann keiner beantworten, weil Horst Jansen hat ganz, ganz viel gearbeitet. Der war super fleißig. An einem Tag vielleicht manchmal sogar drei oder vier Zeichnungen. Und wenn man das dann addiert, dann kommt man auf viele zigtausend Zeichnungen. Und hier sehen wir eine, ja was ist das eigentlich? Eine Holzplatte. Eine Holzplatte, genau. Mit einem Vogel und einer Maus. Sehr richtig. Und das hat Horst Jansen hier reingeschnitzt. Und wenn man so eine Holzplatte hat, dann ist es auch wie ein Druckstock. Davon kann man auch wieder drucken. Und das Ergebnis sieht man an der Wand. Fällt euch was auf? Es ist andersherum gedreht und es hat verschiedene Farben. Sehr richtig. Wenn man druckt, sieht man etwas spiegelverkehrt oder seitenverkehrt im Ergebnis. Und das Tolle ist, dass ihr jetzt auch so etwas probieren dürft. Da kommt nämlich Helmut Feldmann. Der macht bei uns die Museumspädagogik. Und ich glaube, der hat was vorbereitet für euch. Hallo zusammen. Hallo. Ich würde mich verabschieden. Wünsche euch viel Spaß. Schön. Vielen Dank für die tolle Führung. Sehr gerne. Bis bald einmal wieder. Tschüss. Tschüss. Ihr habt ja jetzt schon sehr viel gehört von Frau Mosterhoß. Und sie hat euch, glaube ich, auch ein bisschen was zu der Technik erzählt. Und wir wollen jetzt mal selber kreativ werden. Wir machen jetzt kein richtiges Bild, sondern wir machen eine Skizze. Und diese Skizze benutzen wir gleich im Atelier für eine Druckplatte. Aber vorher brauchen wir eben so eine Skizze. Wir sehen ja diesen Vogel und die Maul. Einfach so die Umrisslinien und mal loszeichnen. Also, ihr habt ja jetzt eure Zeichnung gemacht. Ich habe meine Zeichnung schon auf so einer Druckplatte. Das ist einfach ein Karton. Sehr stabiler, festgepresster Karton. Und man kann die Zeichnung mit einem Kugelschreiber in diesen Karton praktisch reinzeichnen. So dass die Linien von der Zeichnung richtig tief reingekratzt sind. Jetzt könnt ihr mal, wenn ihr mit dem Finger so rüber geht, dann könnt ihr das mal fühlen, dass die Linien jetzt in der Platte drin sind. Genau, das hört man auch. Also, die Zeichnung auf die Platte übertragen. Und jetzt wollen wir natürlich, wie Horst Janssen auch, wir hatten ja die Druckplatte und wir hatten ein Bild von der Druckplatte. Das wollen wir auch machen. Das wollen wir auch machen. Das wollen wir auch machen. Und der erste Druck ist sogar ziemlich gut geworden, oder? So sieht das Ganze aus. Das ist doch alles. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017